Wenn Sie spenden wollen, Konto 300.000 bei allen Banken, Sparkassen und dem Postcheckamt Köln. Verehrte Zuschauer Adolf Tichtmeier entführt Sie in der nun folgenden Sendung zu einem Kuraufenthalt in den weltberühmten italienischen Badeort Abano, wo bekanntlich die Quellen aus dem Boden quellen. An den Erlebnissen des Kurgastes aus Elsenkirchen zwischen Fango und Massagen werden Sie sicher Ihren Spaß haben.